Oh, hallo! Das war Arlo, ja. Heute ist Freitag, morgen geht's los nach Kleinwalsertal. Chill grad noch ein bisschen. Kann man's sehen. Chillen. Oh, yeah. Hat noch ein bisschen gezockt, yeah. Und ja, dann geht's jetzt los. Wann sind wir da? Es geht los. Olli? Guten Morgen. Guten Morgen. Alles klar? Ja, Mann. Fahrradreifen. Und der Josch ist auf da. Das ist mein erstes Mal Roadrunner. So Lars, wo sind wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Das ist perfekt. Traum an Ulli. Ulli! Wo sind wir denn jetzt? Magenfurt! 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 Okay, Aschaffenburg. Chrissi, bist du schon übel geworden. Perfekt. Ich will auch nicht. Du wirst aber gefilmt. Also, das sind meine, das sind meine, das sind seine und das sind die Namenchilder. Von Lars. Und wir haben noch neue Fahrgäste an Tom. Also, nicht den richtigen. So, ohne den leer. Wer ist denn das hier denn? Wir hatten früher noch einen anderen Tom. Letztes Jahr, ja. Ich habe Betonung auf dem Bock raus. Was hast du denn kaputt gemacht wieder? Es regnet. Weiß ich nicht mehr. Es regnet. Juhu, toll. Guteil. Guteil. Boah. Ja, mein bleib. Das ist der Chris. Guten Morgen. Du dein Face nicht deine Hose. Oli, wo sind wir denn? Wo sind wir? Ich weiß das nicht. Perfekt. Da sind die Berge. Wollt ihr da gerade eben dabei? Wir sind in der City. Heute waren wir Wasser. Hey, wir haben keinen Liter in den Tag. Dann machen wir vielleicht Heimer, die Türzen. Lars, wo sind wir denn jetzt? Bist du da? Rewe, was kaufen wir denn? Bananen. Bananen. Salatgurken haben wir. Schmeißchen. Uli, was brauchen wir noch? Ach, verpackt die nur. Guck mal, ne? Ich denke, die auch noch mal davon holen. Was ist denn? Rinden. Meißrinden. Neun. Und die letzte. Ein kleiner Schritt für einen Mensch. Was ist das denn? Bei Großen für die Menschheit. 10. Jawohl. Sie haben keine Kisten. Was wird gekauft? Die ist voll scheiße. Du, 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 du stehst. Hallo. Hallo. Das ist ein Privatunternehmen. Wenn Sie jetzt das VTV rausgehen. Dann müssen wir wohl ein M313-Bild rein. Ja, okay. Ja, guck mal. Das ist voll geil. Ja, guck mal. Das ist ein Zehnverschreiben. Oh, je. War das? Nein. Das ist ein Zehnverschreiben. Joshua, wir sind dort. Schön. Oh, ja. Aus der Berg-Fanmasse. Oh, je. So, Lars, warte. Bleib hier. Oh, Arschloch, du. Kann man doch einfach mal hier die Leute bespannen. Einen Moment. Ja, fast. Grüß. So, Arsch. Oh, Mann. Oskar. Was angeschlossen? Bau. Ja, moin. Es hängt. Hallo. Oh, komm. Ich war schon die Müllrolle aus. Die Müllrolle ist nicht draußen. Hallo. Hi. Joshi. Komm her. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Warum? Da sind hier die meisten dabei. Da sind hier die meisten dabei. Wir haben ja hier dabei, aber das kannst du ja ausschütteln. Das kannst du ausschütteln. Das ist Uli. Könnt ihr im Prinzip alles ausschütteln. So. Hier ein gelbes Sack für das und hinterher... Ich komm mit. Ulla, halte Schnauze. Boah, hier stinkts. Bio kommt raus. Oh nein. Nein. Vegan Abfall. Äh, so. Vegan Abfall. Was ist da denn, hey, Jun? Oh. Zeig. Das muss der Joshi erst auch mitsehen. Joshi, komm mal her. Die Gruppenversammlung. Draußen. Ist da ein Moped drin? Oh, warte, warte, warte. Was ist das denn? Warte, im Foto. Was ist das los, ne? Ich hab mich verliebt. Was ist das los? Ein Windbeutel. Das ist mir wirklich schlecht. Komm, wir treffen, kann er jetzt leiden. Raus, raus, raus. Gibt's nicht. Falsch auf Frauen. Upsi. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Fressspan. Der neue Span. Wow. Zack, falscher Knopf. Das siehst du noch so. Das ist ne... Hä? Hallo. Was ist das denn? Ist das Fake? Fake Mülltonne. Das ist ne Mülltonne, ne Mülltonne, du Mülltonne. Ach so. Oh, hallo. In der linken Ecke mit 380 Kilo. Lars, der Fettsack. In der rechten Ecke mit 5 Tonnen. Chris, der Slav. Ah. Komm. Warte mal, bleib nochmal so liegen. Oh, Schade. Ah. Und. Fight. Komm, ich halte den nochmal auf die Pferde. Oh, los. Du musst jetzt beide liegen anerlauben, ok? Ah. Das ist Robarnon. Der fällt弓. Da fällt... Aaargh! Oh, naja. Na, war es nass? Das Geschäft hatte zu... ... quasi unnötig hier. Wollt ihr noch was dazu sagen, dass Kitschnass war? Soll ich dir etwa helfen? Soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Du kannst schon lange rausgehen. Na ja, ich bin jetzt hier alleine in dem fetten Zimmer. Ich glaube, man kann es nicht hören, aber es regnet. Und ihr wisst, wie ich zu Regen stehe, ich mag ihn. Ein bisschen luftig wollen wir es ja auch haben. So. Jetzt wird hier fett gepennt. Super. So, jetzt wird sie mit der fetten Kuh gepennt. Und wir sehen uns am nächsten Video. Hihihi. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.